Noch übertreffen. Guten Morgen! Guten Morgen! Da der BND strikt Geheimhaltung hat, können wir Santa Data hier nicht lassen. Die ist zu geheim. Zu geheim für den BND. Wir hätten sie gut gebraucht, aber sie sind gesegnet worden von mir. Auch das Walter Gehlen für ewig ausgetrieben ist aus ihrer Trotschnitte. Kann man sie nicht auf der anderen Straßenseite aufhängen? Kommt auf die anderen Straßenseite. Dürfen wir sie hinterher wieder einsammeln? Ja, in einer Stunde kommen wir wieder. Hoch und heilig! Hoch und heilig! Mit Hoch und heilig, ich bin nicht da. Nehmen wir sie mit! Das ist schwierig. Aber da war es noch nie. Das müssen Sie entscheiden. Ihr seid eh. Geschrei? Das ist ja halb. Ich bin nicht da. Geheim. Nein, meine Häuser sind jetzt hier tenir die Karte. Die Karte. So ist es ja eigentlich immer.